Fragmente Dieser fragmentgebliebene Teil war vermutlich als Einleitung gedacht. 1. Logik und Dialektik wurden schon von den Alten als Synonyme gebraucht, obgleich Logisestey über Denken, Überlegen, Berechnen und Dialegestey sich unter Reden zwei sehr verschiedene Dinge sind. Den Namen Dialektik, Dialektiki Pragmatea, Dialektische Bestätigung, Dialektikos Anir, Dialektischer Mann, hat, wie Diogenes Laertius berichtet, Plato zuerst gebraucht. Und wenn wir finden, dass er im Phaedrus, Sophista, Republik Buch 7 und so weiter, den regelmäßigen Gebrauch der Vernunft und des Geübtsein in selbigen darunter versteht. Aristoteles braucht Ta Dialektika im selben Sinne. Er soll aber nach Laurentius Valla zuerst Logiki im selben Sinne gebraucht haben. Wir finden bei ihm Logikas Dissierias, Argoatias, Argotias, logische Schwierigkeiten, Prostasi Logiki, logische Prämisse, Aporian Logikin, logische Apori. Demnach wäre Dialektiki älter als Logiki. Cicero und Quintilian brauchen in derselben allgemeinen Bedeutung Dialektika und Logika. Cicero in Lucolo Die Dialektik sei erfunden worden, gleichsam als Entscheiderin zwischen dem Wahren und dem Falschen. Die Stoiker haben nämlich die Methoden des Urteils sorgfältig verfolgt, mit derjenigen Wissenschaft, die sie Dialektik nennen. Cicero Topica Quintilian I taque hec pars dialectice Sive ilam disputatricem Dicere malimus Daher wird dieser Teil der Dialektik, oder wie wir lieber sagen möchten, Entscheidungskunst. Letzteres scheint ihm also das lateinische Äquivalent von Dialektiki. Dieser Gebrauch der Worte Logik und Dialektik als Synonyme hat sich auch im Mittelalter und der neueren Zeit bis heute erhalten. Jedoch hat man in neuerer Zeit, besonders Kant, Dialektik öfter in einem schlimmeren Sinne gebraucht als sophistische Disputierkunst und daher die Benennung Logik als Unschuldiger vorgezogen. Jedoch bedeutet beides von Haus aus dasselbe und in den letzten Jahren hat man sie auch wieder als Synonym angesehen. Zwei Es ist schade, dass Dialektik und Logik von Alters her als Synonyme gebraucht sind und es mir daher nicht recht frei steht, ihre Bedeutung zu sondern, wie ich es sonst möchte und Logik von Logisestei überdenken, überrechnen von Logos, Wort und Vernunft, die unzertrennlich sind. Zu definieren. Die Wissenschaft von den Gesetzen des Denkers, das heißt von der Verwahrungsart der Vernunft und Dialektik, von Dialegestei, sich unterreden. Jede Unterredung teilt aber entweder Tatsachen oder Meinungen mit, das heißt ist historisch oder deliberativ. Die Kunst zu disputieren, dieses Wort im modernen Sinne. Offenbar hat dann die Logik einen rein a priori, ohne empirische Beimischung bestimmbaren Gegenstand, die Gesetze des Denkens, das Verfahren der Vernunft, des Logos, welches diese, sich selber überlassen und ungestört, also beim einsamen Denken eines vernünftigen Wesens, welches durch nichts irregeführt würde, gefolgt. Dialektik hingegen würde handeln von der Gemeinschaft zweier vernünftiger Wesen, die folglich zusammendenken, woraus, sobald sie nicht wie zwei gleichgehende Uhren übereinstimmen, eine Disputation, das heißt ein geistiger Kampf wird. Als reine Vernunft müssten beide Individuen übereinstimmen. Ihre Abweichungen entspringen aus der Verschiedenheit, die der Individualität wesentlich ist, sind also ein empirisches Element. Logik, Wissenschaft des Denkens, des Verfahrens, der reinen Vernunft, wäre also rein a priori konstruierbar. Dialektik größtenteils nur a posteriori, aus der Erfahrungserkenntnis von den Störungen, die das reine Denken durch die Verschiedenheit der Individualität beim Zusammendenken zweier vernünftiger Wesen erleidet und von den Mitteln, welche Individuen gegeneinander gebrauchen, um jeder sein individuelles Denken als das reine und objektive geltend zu machen. Denn die menschliche Natur bringt es mit sich, dass wenn beim gemeinsamen Denken, Dialegestei, das heißt Mitteilen von Meinungen, historische Gespräche ausgeschlossen, a erfährt, dass b's Gedanken über denselben Gegenstand von seinen eigenen Abweichen, er nicht zuerst sein eigenes Denken revidiert, um den Fehler zu finden, sondern diesen im fremden Denken voraussetzt. Das heißt, der Mensch ist von Natur rechthaberisch. Und was aus dieser Eigenschaft folgt, lehrt die Disziplin, die ich Dialektik nennen möchte, jedoch um Missverstand zu vermeiden, eristische Dialektik nennen will. Sie wäre demnach die Lehre vom Verfahren der dem Menschen natürlichen Rechthaberei. ENDD ENDED